Hast du einen Lieblingsweihnachtssong? Also ich habe viele Lieblingsweihnachtssongs, aber da ich einen kleinen Sohn habe, der in den Kindergarten geht, muss ich mir natürlich jeden Tag in der Weihnachtsbäckerei anhören oder dicht gefolgt von es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Obwohl ich ganz ehrlich bin, meine Lieblingslieder sind es nicht. Also mein Lieblingslied ist eigentlich immer noch, ja, ihr Kinderlein kommet. Ja! 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 Ja!